Guten Morgen, guten Morgen ihr Hübschen und willkommen zum 31.01. Wir haben heute und morgen Wassermann-Mond-Energie, wo auch der Neumond drin stattfindet. Ich habe gestern gesagt, dass ich Neumond-Orakel gestern eigentlich machen wollte. Es geht nicht, ja. Ich bin mit den 100.000 Stimmen fast wahnsinnig gewonnen und habe dann kapituliert, weil die Zeit einfach geradezu individuell ist, ja. Also sprich, das ist ja auch das, was wir in den letzten Botschaften bekommen haben, was ich euch in den letzten Botschaften auch immer erklärt habe, dass es jetzt tatsächlich so ist, dass ihr anzieht, was ihr aussendet, ne. Das heißt, und das haben wir auch in den Tagesenergien, ja. Wir haben 31 und eins ist die 32 dazu her. Was braucht ihr für eure inneren Erkenntnisse noch, ne. Müssen da noch Themen getriggert werden, ja. Braucht ihr da noch einen Schattenpartner, ja. Habt ihr noch dieses Bedürfnis, ne, diesen mangelnden Selbstwert, ja. Das Bedürfnis, um Anerkennung zu kämpfen. Äh, das Siegesbedürfnis, ne, dieses Ich-will-aber, ja. Ja, an welchem Punkt seid ihr da sind? Das ist gerade so individuell, ne. Es geht um die, die Thematik ist einfach, dass ihr eine Spiegelung vom Außen bekommt, die euch hilft, eure inneren Kindthemen zu heilen, ja. Und bei dem Versuch, ein allgemeines, die allgemeinen Energien sind das, was ich euch jetzt gerade erklärt habe, ja. Und darauf ein Orakel zu legen, das war schier unmöglich. Ja, ihr wisst, dass ich die allgemeinen Energien in den Orakeln erkläre. Und da gab es dann aus dem Kollektiv eine Million Stimmen, ja. Ja, das ist so, dass ich dann gesagt habe, nee, Ruhe jetzt, alle Mann, Ruhe jetzt. Ja, weil das ist, das ist hier, das ist hier seelische Tiefe, ja. Und da steht einfach jeder an einem anderen Punkt, ne, um diese, das sind hier tiefe Einsichten, Erkenntnisse, Klarheit, ja. Das ist, das ist das Kronchakra, ne, also wer meditieren mag, ne. Ihr habt ja dafür auch die Meditation, die Schattenmeditation, ne, in der Infobox, ja, wo euch auch das noch blockierte Chakra überreicht wird, ne, in der Farbe. Euch die Farbe gereicht wird, wo sitzt bei euch noch der Dornen drin, ne, wo darf ein Dornen rausgezogen werden, ne. Der eine muss lernen, Wahrheit zu sprechen, ja, zu reden, ne, Dinge nicht im Verborgenen zu lassen, sondern sie ins Licht zu führen, an die Oberfläche zu transportieren, ja, zu verkörpern, ja. Der hat, bekommt dann hellblau, türkis, ne, Halschakra, ja, hier, dein Dorn sitzt im Hals, du musst sprechen, ja. Der nächste, äh, bekommt das Gelbe, das Goldene Licht, ne, das, äh, Solarplexus-Chakra, ja, hier, du lebst in der Vergangenheit, es wird Zeit, dass du mal ins Hier und Jetzt kommst und Zukunft manifestierst und bewegst, ne. Das ist gerade sehr, 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 ähm, meditiert, das kann ich euch empfehlen jetzt zu diesem Neumond, ja, geht ins, in die Schattenmeditation rein, meditiert, ähm, Telepathie ist gerade ausgesprochen, hoch und hoch. Und groß, ja, die Medialität mit dem Kronenschrank, ja, natürlich, und, ja, die Sehnsucht zieht jetzt an, was man halt braucht, ja. Ja, und da habe ich auch, ähm, als Kartenauswahl, hier, ne, der Mond steht für die Gefühlsebene, ne, Twin Flame Messages, da gucken wir gleich mal, was wir noch kriegen können, hatte ich auch schon für die Energiearbeit, das Kartendeck, ne. Ja, das habt ihr in der Infobox, beziehungsweise, ähm, beziehungsweise als Kanalmitglied, ne, im Community-Tab. Ja, und wir ziehen darauf, wartet mal, habe ich gar nicht hingestellt. Hier, das ist jetzt quasi der Moment, ne, one moment before, ja, das ist jetzt der Moment davor. Was brauchst du? Das ist das, was jetzt halt, äh, geguckt wird, ne. Ja, was brauchst du noch, um, ähm, deine inneren Kindthemen zu heilen, ne, für deinen Aufstieg, für deine Bewusstwerdung, ja, welche Spiegelung brauchst du? Und die, kann vielleicht der ein oder andere von euch nachvollziehen, ist halt eben sehr individuell. Und da kriege ich persönlich, ne, weil ich ja immer in die Energie des Kollektives einsteige, ja, mit den hunderttausend Stimmen, die dann da gleichzeitig auf mich einpreschen, ne Macke. Also seht es mir nach, ich denke, ich habe es euch ausreichend erklärt, Neumond-Orakel gibt's mit Kayani dieses Mal nicht. So, wir steigen dann zum Halbmond-Orakel wieder ein, ja, wenn, wieder, ähm, ein, ein, ein Kernthema, ne, der Großteil, ne, wenn wir dann wieder wissen, was so der Großteil vom Kollektiv jetzt braucht, ja, das sendet ihr gerade aus, dann kann ich wieder mit dem Großteil vom Kollektiv in die Arbeit einsteigen. Und da bin ich auch schon sehr neugierig drauf, da freue ich mich auch drauf, aber, äh, gerade sendet ihr das eben alle individuell, ja, ins Universum aus. Und dann gibt's halt immer ne, ne, äh, ne Massenenergie, ne, und die erfasse ich dann, ja, die erfasse ich dann und, ähm, mit der arbeite ich und die gibt's halt jetzt gerade nicht, ja. Ja, jetzt wird individuell bei jedem geguckt, was brauchst du? Mal gucken, was können wir denn aber, ja, vielleicht gibt's hier ja schon mehr als gestern, was können wir denn noch dazubekommen? Ja, hier schaut, ne, das ist das, was ich meinte, ne. Ja, das ist, ähm, ey, hier schaut mal, ne, was brauchst du, ja, was musst du bekommen, ja, um deine Arbeit wieder aufnehmen zu können, ne. Nächster Schritt, acht der Münzen, ne, acht der Münzen ist die Arbeit an etwas, ja, man hat etwas bekommen, guckt sich das Ergebnis an und, äh, weiß, was man als nächstes braucht, ne, ne, was einem als nächstes, ähm, überreicht werden muss, damit das acht der Münzen dann weitergehen kann, ne, hier schaut, haben wir sechs, ne, hier, sechs, sieben und dann kommt halt die acht. Und mit der acht kann ich euch dann auch wieder was geben, ne, ja. Ja, aber jetzt wird halt geguckt, ne, in der Ruhe, habe ich hier ja schon gesagt, ne, das ist, äh, Kronenchakra, ne, das ist, ähm, die sind die tiefen Einsichten, Erkenntnisse, Klarheiten, ja, und, ähm, die seelische Tiefe und, ähm, was muss dir dafür gegeben werden, ne, ja. Da sind wir jetzt gerade drin. Ja, genau, was muss dir hier rein irdisch, ne, schau mal, was muss dir hier rein irdisch, da haben wir die karmische Schlange mit drauf, ne, was muss dir hier rein irdisch als nächstes überreicht werden, ne, damit du dein Karma auflöst, ja, deine Lernaufgaben angehst, ne, damit du ganz irdisch, ja, deine Fülle kreierst, ja, bist du da schon drin, ne, bist du auf dem Weg dahin, was, das, ja, was, was brauchst du, das wird halt geguckt, na ja, um mehr, äh, Wahrheit und Klarheit und Erkenntnis für dich zu bekommen, ne, damit du Dinge klar siehst, klar erkennen kannst, immer mehr Bewusstwerdung, immer mehr Wahrheit und Klarheit, ne, darum geht's, ja, ja, alles wieder vorher erzählt, ne, Ja, gut, und dann bin ich aber mal gespannt, was wir dann über die Twin Flame Messages jetzt noch dazu ziehen können, weil das dürfte dann ja auch sehr individuell sein, ne, an Spiegelung, ne, was man im Außen als Spiegelung braucht, aber wir gucken. Ich seheί will, bei den Die ist noch hinterher geflutscht, die zählt nicht. Ja, hier schaut, mir wird das direkt gegeben, als jemanden, der euer Leben bedeutsam beeinflusst auf dem Weg der Erkenntnis, auf dem Weg des Aufstiegs. Was brauchst du da an deiner Seite? Schaut mal, das ist das, wo wir die ganze Zeit drüber gesprochen haben. Brauchst du jetzt, bist du jetzt soweit ein Lichtpartner oder brauchst du noch einen Schattenpartner, der bestimmte Themenpunkte, alten Schmerz in dir antriggert, altes Leid in dir antriggert, dass du da hingucken kannst, weil das in deinem Tiefen verborgen liegt. Ja, da muss dann immer einer das anteasern, ja, damit sich diese Poren sich öffnen, danke. Ja, also was brauchst du als nächstes an Einfluss in deinem Leben? Wie sehr bekennst du dich zu dir selbst? Brauchst du noch jemanden, der immer guckt, ob das Gras auf der anderen Seite grüner ist? Das sind dann Energien, die dein Leben definitiv bedeutsam beeinflussen. Das sind typische Dualseelen. Typische Dualseelen gucken immer nach anderen Gesichtern. Gucken immer, wo das Grasgrün grüner am grünsten ist. Ja. Die Spiegelung der eigenen Wertigkeit, ne. Ja, brauchst du das, ne? Brauchst du da diesen Kampf noch, ne? Brauchst du da diesen Krampf noch? Oder kennst du mittlerweile deine Wertigkeit, ne? Orientierst dich an deinen eigenen Bedürfnissen, Wünschen und Sehnsüchten, ne? Oder brauchst du noch die Spiegelung des Fähnchens im Wind, ne? Ja. Sehr, 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 sehr individuell. Ja, gut. Damit kann ich euch nur entlaschen, ne? Wie gesagt, wenn ihr wissen wollt, wo hakt es bei mir, ne? Was ist meine Blockade? Wisst ihr entweder, wo ihr mich erreichen könnt. Oder macht die Schattenmeditation, ja? Weil Kronenchakra ist gerade stark geöffnet. Jetzt in dieser Wassermann-Energie. Heute und morgen. Und im Beug haben wir Mittwoch, ne? Für mich persönlich erst am 16. Ne, Vollmondfest. Aber das baut sich jetzt halt auf. Und im Beug ist das Lichtfest. So, das Licht wird immer größer in einem, ne? Es geht immer mehr darum, um den Aha-Effekt, ne? Immer mehr um die Wahrheit und Klarheit. Ganz irdisch, ne? Den klaren Weg zu sehen und zu erkennen. Und sich da nicht schubsen, manipulieren zu lassen, ne? Sondern da selbst zu wissen, wer man ist, wohin man will, ne? Und diese Werte und Ideale halt auch nach außen zu vertreten. Ein Turm zu sein, statt ein Fähnchen, ne? Und, ja. Darüber gibt's halt immer mehr Erkenntnisse, innere Erkenntnisse, immer mehr Bewusstwerdung, immer mehr Bewusstheit. Und da wird jetzt, ist das mal so, ne? Das ist jetzt mehr so, wie, ähm, das Universum, ja? Ist jetzt in dem Moment vor der Bewusstwerdung, ne? Plant für dich den nächsten Schritt. Was brauchst du da jetzt noch für eine Beeinflussung, ne? Für, ähm, den nächsten Step. Step, lass dich überraschen. Ja, kann ich euch nur mit entlassen. Dann, ähm, haben wir auch. Morgen haben wir chinesisches Neujahrsfest. Hören wir uns morgen früh wieder. Bis dann. So am.